...einfach auf der Reihe gebürstet. Dankeschön! Macht ihr das auch mit eurer Mütter? What? Nein! Ich, wenn meine Geschwister mal wieder unerlaubt in mein Zimmer reinkommen. Raus. Nee, komm, geht raus. Du hast dein eigenes Zimmer. Ich habe kein Lust, dass es im Auto ausgescheint ist. Aber die B***er macht trotzdem. Was macht dieser Typ da? Ich habe kein Lust, dass es im Auto ausgescheint ist.